Hallo everybody, hier zurück in der Vision mit dem Fanggeber. Grüß euch, is anybody out there? Was denn? Du gehst bei Neuescheine, ha? Die Leiter, die Leiter. Ah, da ist die Leiter. Vermisste Person schon wieder mal. Irgendwie hasse ich die Mission, muss ich ehrlich sagen. Den Airfix-Mission für mich. Ja. Ich meine, es ist cool, dass da ein bisschen das Tempo rausgenommen wird, ja. Aber wenn man das dann nicht findet... Kann man wirklich nur hören und keine Schicht reinnehmen. Da ist die Schissere. Woh, hast du jetzt 110 Punkte gebracht? Ich muss das System neu schlafen. Der Fink wird wohl eine Weile raus, wenn es hochgefahren ist. Alles klar! Lange Geschichte. Aber ich muss aus Bliss L&B raus und fort. Okay, das ist in der Nähe. Warten Sie auf einen Ahnung in der Lobby des Gebäudes in der 86. Ich weiß nicht mehr hier. Wie komme ich da runter? Warte. Ich sehe nichts von diesem Ecker noch. Ah, da. Was ist denn runtergefallen? Ja, da runtergefallen. Da vorne sind Gegner, gell? Nur aufpassen. Oh Mann, das ist urweit weg. Ja, viele sogar noch nicht. Also urweit. Warte, ich muss erst runter. Ich bin überall über Kroding, gell? Müsst du aufpassen. Ah, warte. Das ist die ganze fette Saat und Jacks. Warte, aber ich muss da nicht mehr Leiter runter. Ja, die sind nervig, da sind auch so Superheroes dabei. Ja. Da sind nämlich urviele, sauviele Patrouillen. Genau, aber da kommt er in die irgendwo. Ach, sieh mal, wir sind auch hier. Ich war die irgendwo in seiner Patrouille, glaub ich. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ich hab's gefunden. Schon da? Ja. Das war vis-a-vis. Das war vis-a-vis. Ja, wenn ich falsch da hänge. Ah, hallo. Ich bin frei, wenn ich heute kommt. Wow, es gibt wirklich saufend Punkte, jetzt ist das Echo's. Gesichert. Okay. Ich habe ein neues Gefühl hier aufpassen. Du hast immer ein ruhiges Gefühl. Sind Sie das bei Schütt? Und ich habe immer recht damit. Ja, ich bin südlich von Ihnen. Eine Einsatmacht. Eine Einsatmacht. Okay. So, jetzt ist es wieder markiert. Pass auf, da können Patrouillen wieder sein. So, bitte. Wir machen das. Ich hab's nicht markiert. Da. Vis-a-vis einfach. Du hast doch wahrscheinlich nicht gesagt, auswählen am Schluss. Oh, wo hast du das gefunden, das Echo. Ah, da! Ok da wird sich nichts sagen können mit einsammeln da muss man das echo warte gehen da hinten nicht so raus stimmen Hey Patrouille ist eh nicht ah da gehts rauf da gehts rauf gar nicht sichern das Raket wir bringen ihn rüber so weit wir können bereiten sie den Verhörraum vor gemacht ich kann ja Ja. Was berecht sichern? Was berecht sichern, Baby? Oh, ein High-End. Oh Mann, was für eine Scheiße. Ich bin froh, dass Gamble noch lebt, aber er ist nicht gerade ein Heiliger und wir haben gute Leute bei seiner Rettung verloren. Ich hoffe, er hat ein paar wirklich interessante Informationen über das LMB oder... Ich brauche keinen Kumpel, ich brauche verlässliche Infos. Ich schicke eine Crew, um ihn abzuholen. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ah, okay, da kann man zum Safehouse zurückkehren dann. Aber ich würde sagen, wir machen den blauen Kampf, oder? Wenn das okay ist für dich. Mr. Ending? Ja. Ist das okay? Erfache ein Echo in der Nähe. Ich geh mal hin. Ich sag mal Ja. Passt. Okay. Was geht hier ab? Danke, dass Sie den LMB Arschlöcher in die Akademie abgenommen haben. Das LMB wurde auf der 46. East und 2. entdeckt. Hey. Das LMB wurde auf der 46. East und 2. entdeckt. Seien Sie vorsichtig. Die JTF ist an Camp Freeman. Nicht willkommen. Ist nicht? Ah, das ist da vorne, da einer im Einsatz. Ja. Okay. Warte. Oh. Wenn der ist. Mache. Da muss sie nicht wieder rennen lassen. Oh! Jep. Bin schon down. Pass auf, pass auf, pass auf. Hinter dir. Oh, shit. Nicht gesehen. Das habe ich nicht gewusst. Entschuldigung. Was denn? Das hinter mir ist. Das habe ich nicht gewusst. Na mach doch. Jetzt brauchst du den hinten. Entschuldigung. Nein, ich ärgere mich über mich selber. Das war dumm. Aber warte mal, bevor wir da irgendwas machen. Da gibt es nämlich eine Position, wo wir weiter rauf können. Da können wir von oben runterrotzen. Okay. Die Top-Adresse der Stadt. Sehen Sie her. Warnung. Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Ich denke... Ja. Da sind die Welt dann doch nicht ganz gebildet. Aber egal. Okay. So, jetzt warten wir. Jetzt gehen wir wieder dorthin, wo wir waren. Dann noch durch. Oh. Wo du? Da. Noch durch am Ende des Gebäudes. Drinnen. Ah, ja. Draußen. Ja. Da komm, komm. Da. Da ist ein Seil. Da ist ein Fenstergerät. Schaut. Ja, den hab ich gesehen. Oh. Alter, was ist da los jetzt? Okay. Wir kommen drinnen und flotten hier nochmal, ja? Ja. Aber es ist auf der Nachteil. Rechts, links ist die Seite. Aber dann habe ich gesehen. Knappe. Ich kann nicht auf die Linke fahren. Ja. 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 Bis jetzt habe ich nichts Gegenteiliges gesehen. Ich habe da eine schlechte Schusspose aber. Ich habe da eine schlechte Schuss, aber ich habe da eine schlechte Schuss. Nein! Jetzt bin ich unabsichtlicher untergekümpft. Oh, danke. Was tut das? Was? Ich bin auf einmal wieder beliebt gewesen. Ist das so um den Koffer, oder? Achso, der geht bis runter. Ja, geht die ganze Koffer. Ich hab's ja gegen den Fetzen. Oh, der ist aber wirklich... Krass. Aber der ist eben ein bisschen schon erreicht. Weil er auf dem fetten Schiss ist. Naja, muss nicht. Sonst komm ich ja nicht runter und komm gut rein. Oh. Da sind aber noch Gegner, glaube ich. Aber 1 oder 2 ist auch nicht zu viel. Also, da müssen wir ein Fetzen entlegen. Krass. Ja, such's. Oh. Was ist das? Ich denke, was sind wir denn? Ah, das... Ah, das ist doch der Snapper weg. Oh, genau. Ja. Oh, das war knapp. Burn, baby, burn. Scheiße. Blöd ist, man kann nicht wirklich von der anderen Seite hin. Das ist aber wirklich nur mal er, oder? Ich glaube, ja. Ich kann auch versuchen, ihn abzulecken. Scheiße, ich bin da ganz rüber. Das ist ja trotzdem da hinten. Ich muss schon da einfach drauf. Es wird, es wird. Okay. Alter, die sind auf dem Betz-Betz. 1 und 1, Sto. Vorhin. Oh mein Gott! Jawoll! Danke. Ist das ein legendärer? Mein erster. Pass auf, Patrouille, Patrouille! Wo, wo, wo? Links! Ich bleib unten, bleib so oben. Warte, ich geh auf. Egal, egal. Ich hab nur eine Patrouille, oder? Naja, nur. Wenn wir es versauen, dann weiß das mit dem Gegenstand. Ich glaube, das war's. Ja. So, ich glaube das war's. So, ich komm jetzt runter. Deck mich vielleicht sicher selber. Wenn ich den Gegenstand nehme. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay, passt. Super. Erste Wellenweste. Das ist nicht gut von mir. Das ist nicht gut von mir. Besteil 110.000 IP. Okay. Mit Bürger. Dieses Gebiet steht jetzt unter dem Schutt. Willst du mehr sagen? Hm. Kommt nun bekannt schon. du hast mich muss darauf kommen das kann sein aber da bin ich so weit kommen das erste mal das war das bett nicht sie betreten einen sicheren bereich und jetzt machen wir es zu zweit verlassen des sicheren bereichs aber ich habe aber über das werden wir uns nicht fertig noch das ist genau das ein bisschen sich Hehehe Ah, da ist ein Sniper hinten Ich seh jetzt aber nix Ich geh weiter vor Danke Oh Danke Oh Shit Kannst du Koffer rüber wachsen lassen Ja, hab ich geworfen Oh, wo ist der? Ja Rechts ist er, rechts ist er Danke Ich geh mich bisschen zurück Hinter Oh nein Das sind unsere Voll gut Ja Was ist wenn wir dieses I I Dings Aktivieren Wo ist die, äh Linker, äh, linker stick, rechter stick Das ist das, was wir da freigeschackten haben im Werk Bitte? Ja, stimmt Ich bin Ich bin Ich bin Ja Ich bin Ich bin Wahnsinn. 16.000 Schaden. Du hast viel. Ich hab's nicht 28.000. Ist das mit der LMG 6800 oder so? Ach so, du hast die in der Seite. Die Dreistiger meinst du? Nein, da muss ich ins Quartier zurück. Wir waren ja schon viel. Ja, das hab ich vergessen. Da kann man ja achten, wenn du noch vorkommst. So lange nicht. Vorkommen. Ah, der ist im Haus drin. Ja, geht. Ich hab's nicht. Oh, das geht auch nicht. Geht er aus? Der ist im Haus drin. Geht nicht draus, der Hangkling. Vom Reingehen ist's tödlich. Ich geh ran, okay? Okay. Hast du's aktiviert? Warte, wie aktiviere ich das? Warte. Ja, jetzt hab ich's aktiviert. Warte. Warte, Warte. Oh. Boah. Gut, dass Sie da leben, wieder rausgekommen sind, Agent. Weiter so. Wow, Sie haben da richtig gute Arbeit geleistet. Na, der eine ist, glaub ich, schon außerhalb. Nein, war da innerhalb... längst von den drei Stunden. Also dort. Ja, eigentlich haben wir aber die Zeit schon überschritten, sag ich mal. Na gut. Machen wir das nächste Mal. Bis dann noch rein. Ciao.